Gut, noch weitere, wenn dann sonst, Anwendungen. Also machen wir mal das Ganze mit einem Temperaturfühler. Wenn also dieses Feld größer ist als 26 Grad, dann gibt es hitzefrei. Okay, ansonsten gibt es nichts. Also Argument abgeschlossen, wenn nichts ausgegeben werden soll, entweder zwei Anführungszeichen oder, was auch geht, gar nichts reinschreiben. Dann steht halt 0 da. Wenn man das nicht will, dann halt einfach keinen Text ausgeben, also zwei Anführungszeichen oben. Und das Ganze kann ich jetzt nach unten kopieren. Und dann habe ich alles, was größer ist als 26, hitzefrei daneben stehen. Weiteres Beispiel ist halt gleich wenn, Klammer auf. So, nach was suche ich hier? Hier fällt auf, das sind alles VWs bis auf den Corsa. Also kann ich folgendes machen. Wenn D2 ist gleich Anführungszeichen, Corsa, wenn wir suchen nach Text, dann soll da stehen, Opel. Ansonsten steht hier VW. Argument abschließen mit einer Zugklammer. Und hier steht auch VW. Mal schauen, ob man diesen Corsa identifizieren kann. Genau. Hier beim Corsa schreibt der Opel daneben. Nächstes Beispiel. Eine Provision gibt es, wenn über 900 Euro erreicht sind an Einnahmen. Also wieder meine Formel. Ist gleich wenn, Klammer auf, dieser Bereich soll überprüft werden. Und wenn der größer ist als 900, dann schreiben wir, ja, es gibt eine Provision. Wir können das natürlich auch berechnen lassen. Aber jetzt machen wir es mal ganz einfach und schreiben hier entsprechend, ja und nein. Es gibt eine Provision oder keine. Und jetzt schauen wir mal, hier gibt es eine Provision. Hier nicht. Und jetzt bei 900 gibt es auch keine Provision, weil er vergleicht ja genau mit den 900. Alles, was größer ist als 900. Sobald hier 901 steht, gibt es diese Provision. So, schauen wir uns erstmal oben diese Aufstellung an. Es geht darum, dass Druckerzeugnisse einen anderen Mehrwertsteuerbetrag haben als die restlichen Erzeugnisse. Das heißt, wir haben hier einmal 7% und 19%. Wir können jetzt folgende Funktion und Formel aufbauen. Ist gleich wenn, Klammer auf, wenn in dieser Zelle steht Druckerzeugnis, dann Anführungszeichen oben, weil hier hier nach Text gesucht wird, dann soll er rechnen, diese Zelle mal 0,07 für 7%. Ansonsten berechnet er diese Zelle mal 0,19 für 19%. Ihr könnt hier auch schreiben 7% und 19%. Das ginge auch. So, dann haben wir hier 2,10 Euro. Und wenn ich das runterkopiere, hier wird mit 19% gerechnet, hier ebenfalls bei den Druckerzeugnissen mit 7%. Ich kann jetzt aber noch was anderes machen. Ich kann einen Bezug setzen. Das würde dann so aussehen, wenn, Klammer auf, A9 ist gleich Druckerzeugnis. Dann soll er diesen Betrag mal E9 rechnen. Ansonsten soll er B9 mal E10 rechnen. E10, Klammer zu. So, was passiert jetzt hier? Hier heißt es, wenn es ein Druckerzeugnis ist, dann rechnet er diesen Betrag hier, diese 30 Euro mal E9, das sind die 7%. Ansonsten rechnet er diesen Betrag mal 19. Jetzt fehlt hier noch was. Ich muss hier nämlich einen festen Bezug setzen. Wenn ich nämlich diese Formel nach unten kopieren würde, würde auch gleichzeitig hier unten nach unten kopiert werden. Und darum muss ich diesen E9-Betrag verankern. Das mache ich mit Dollarzeichen vor dem E und Dollarzeichen vor der Zeile. Also Dollar E, Dollar 9 und hier Dollar E, Dollar 10. Dann ist es ein fester Bezug immer zu dieser Zelle hin. Und ich kann diese Zelle trotzdem nach unten kopieren. Das bedeutet, ich habe in dieser Kopie die Prüfung auf diese Zelle. Er berechnet mit diesem Betrag, aber in der Verknüpfung zu diesen zwei Zellen hier.